Jo Leute, was geht ab? Heute zeige ich euch, wie ihr das machen könnt. Wartet. Ach nein, war das ja falsch gehalten. Sorry, dass ihr jetzt dunkel seht, aber wartet kurz. Das war falsch, meiner Meinung nach. Also, ich zeige euch, wie das geht. Mit einer Hand wird das jetzt schwierig sein, würde ich mal sagen. Also, ja, bei mir ist das zerrissen bisschen. Also, ihr nehmt diese Seite, macht ihr es so und dann faltet ihr das halt so, das hier umzu machen. So, dann macht ihr das da. Dann macht ihr es hier so, Leute. Dann, wartet, da muss ich kurz das... Warte. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen, Leute. Das war gerade mein Bruder, aber egal. So, ich hoffe, ihr habt es gesehen. Dann müsst ihr es halt einfach so falten. So, dann nehmt ihr genau die Seite, wo genau die zwei sind. So. Leute. Jetzt muss ich mal wieder... Wartet kurz. Wartet, ich lege euch kurz ab. Ich weiß, es wird jetzt schwierig sein, aber guck. Ihr nehmt diese zwei Sachen, die ihr gerade hatte, diese kleinen coolen, nehmt ihr so einmal mit dem Zeigefinger und das untere und dann das obere und dann zieht ihr halt so bis da. Und dann, übrigens, ihr müsst immer, ja, ich warte kurz, Leute. Ich muss das kurz richtig halten. Ihr müsst immer, immer müsst ihr hier halten. Und dann, ja. Ich wollte euch das einfach mal zeigen. Also, ciao.